Hey Leute, ich bin's MacPabrik. In diesem Video möchte ich euch einmal alles zur Rosmarin-Ernte sagen. Ich möchte euch sagen, wann ihr das Wie erntet und wie ihr Rosmarin trocknen und auch aufbewahren könnt. Ja, kommen wir einmal zum Erntezeitpunkt. Das könnt ihr das ganze Jahr über nach Bedarf ernten, wobei natürlich im Winter und Herbst die Pflanze nicht mehr so gut nachwächst wie im Frühjahr und auch im Sommer. Ja, wie geht man jetzt vor bei der Ernte? Das ist ähnlich wie beim Lavendel. Der treibt aus dem Altholz nicht mehr aus. Deshalb, ihr dürft den nicht falsch schneiden. Ja, wenn ihr ihn schneidet, dann müsst ihr schauen, wo hier das Altholz ist. Und da müsst ihr ungefähr einen Zentimeter von wegbleiben und dann entsprechend schneiden, damit der wieder austreibt. Ja, das Altholz ist hier noch nicht so extrem vorhanden bei dieser kleinen Pflanze, aber hier ist so das Altholz. Ja, ich dürfte jetzt nicht den ganzen Stängel hier zurückschneiden, sondern immer noch ein bisschen was Grünes dranlassen, ja. Und dann abschneiden, ja, im Prinzip nur die weichen, flexiblen Äste abschneiden, damit das Ganze auch nachwachsen kann wieder, ja. Und dann schneidet man das einfach ab und lässt so ein bisschen stehen nach Bedarf. Und ja, wie geht man vor, wenn mir das jetzt reichen würde, dann würde ich natürlich jetzt nicht mehr abschneiden, sondern erstmal mehr an der Pflanze belassen. Beim nächsten Mal würde ich dann sagen, naja gut, wo sieht es denn optisch am schönsten aus, wenn ich was abschneide? Das wäre dann hier auch wieder kurz vorm Altholz, ja, ihr könnt das hier sehen. Hier lasse ich immer noch so ein bisschen was stehen, ja. Hier ist eben das Altholz und hier ist noch das jüngere Holz, aus dem die Pflanze eben auch wieder austreiben kann. Ja, wenn man jetzt Rosmarin nicht so regelmäßig ernten muss, ja, weil man selten an Bedarf hat, dann muss man so, ja, so eine Art Pflegeschnitt machen, damit die Pflanze nicht von unten her immer weiter verholzt. Das heißt, man muss also etwas mehr auf einmal ernten und dann geht ihr genau beim Schneiden so auch wieder vor und schneidet halt entsprechend, ja, wieder ein Zentimeter über den Altholz ab. Ja, das kann man dann zum Beispiel so einen Pflegeschnitt Anfang April machen, wenn dann auch kein Frost mehr ist, wahrscheinlich hat man so eine kleine Pflanze ja zum Überwintern eh noch drin und dann kann die Pflanze wieder richtig schön kräftig austreiben und nachwachsen und dann, ja, kommen wir zum Thema Aufbewahrung, gerade wenn ihr so eine größere Menge an Rosmarin abgeschnitten habt. Ihr könnt dann so einen Bündel hier binden und den zum Beispiel bei 20 bis 30 Grad im Heizungskeller ganz gut aufhängen oder woanders, wo es halt gut trocken ist und eben eine Temperatur von 20 bis 30 Grad herrschen. Zudem sollte der Raum, ja, gut dunkel sein. Aufbewahren könnt ihr Rosmarinzweige zwei bis drei Tage im Kühlschrank, langfristiger könnt ihr die aber auch einfrieren und dann entsprechend nach Bedarf wieder auftauen. Ja, mehr braucht ihr bei der Rosmarinernte nicht zu beachten. Mehr zur Pflege der Pflanze habe ich euch einmal unten im Beschreibungskasten verlinkt und hier an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer möchte, kann mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaperik. Vielen Dank.